Wir haben hier Spezial-Eis-Non-Slip-Size-Medium-Snow-Step-and-Ice-Quiz. Vorne haben wir das Signal. Und drüben haben wir... ...New-Due-Mont-Nars. Heavy-Duty-HDNU. Get a grip before you slip. Heavy-Duty-Industrial. Jetzt können wir mal schauen. Die haben wir auch in Größe-Medium. Mit europäischen C-Kennzeichen. Und die anderen... Oh, haben wir mal keins. Alles mit den Kindern. Wie... ...die innen ausschauen. ...die innen ausschauen. Hoppale. Gut. Gut nicht. Und hier haben wir auch noch... ...die innen. ...die innen. ...die innen. ...die innen. Einmal... ...und zweimal... ...die innen. Mit... ...den... ...sohlen. ...und mit Stahlstiften. ...und mit Stahlstiften. So. Wer probiert aus? Du. Die Hügel ausprobieren? Oder es funktioniert. Warte. Warte. Ich habe da meine Finger gerade drinnen. ...warte. Ja. Ja, aber das ist ja ein ganzes Ding. Da kannst du nicht ausschalten. Du musst weitermachen so. Ich werde meine Finger gerade drinnen, weil es noch zu sehen passt. Dann probier's ich aus. Probier's das du aus, ja. Aber die sind ja für deine Füße. Da passt ich ja gar nicht deine. Na, da passt ich nicht rein. Ja, ich kann nicht halten und nichts.